Könnte man die soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner in der Bundesrepublik Deutschland rechtlich gesehen als Bewohner der BRD hier einführen? Hier soll nun einmal die Frage erörtert werden, ob man die soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner in der heutigen Zeit, in diesem jetzt vorhandenen politischen System in deutschen Lande, ohne weiteres einführen könnte? Hierzu muss man sich zuerst die Frage stellen, woher kam Rudolf Steiner, bzw. wo wurde er geboren und welche Staatsangehörigkeit hatte er, um feststellen zu können, ob er in einem völkerrechtlichen Staat, Bundesstaat, in dem es souveräne Staatsbürger gegeben hat oder in einem völkerrechtlichen Verein, Staatenbund, gelebt hat, als er es anstribte diese soziale Dreigliederung politisch einführen zu wollen? Diese Frage ist wichtig, um feststellen zu können, welche Rechte Rudolf Steiner als Bürger eines von ihm genannten Einheitsstaates hatte, oder welche Rechte wir Deutsche in der Bundesrepublik Deutschland haben, um so eine von ihm angestribte soziale Dreigliederung hierzulande selbst anstreben zu können und auch zu dürfen? Rudolf Josef Lorenz Steiner wurde am 27. Februar 1861 in Kraljevik, Kaisertum Österreich, geboren. Er war also Österreicher, und hierzu schauen wir einmal was das Kaisertum Österreich eigentlich war, Kaisertum Österreich https-d.wikipedia.org-wiki-kaisertum-unterstrich-prozent-c3-prozent-96-ste-reich-das-Kaisertum-Österreich, in der damals offiziellen Schreibweise Kaisertum Österreich, bildet einen Abschnitt in der Geschichte der Habsburger Monarchie, es wurde am 11. August 1804 als Erbmonarchie von Erzherzog Franz von Österreich gegründet, der als Franz i. letzter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war, seinen zweiten Kaisertitel Kaiser von Österreich führte er fortan als Franz i. von Österreich, als ungeteiltes Herrschaftsgebilde und monarchischer Einheitsstaat, auf bis 1848 differenziert föderalistischer Grundlage, 1, des Hauses Habsburg-Lothringen bestand das Kaisertum Österreich bis zum 8. Juni 1867, als das Reich mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich in die Realunion Österreich-Ungarn umgewandelt wurde. Hier gab es also einen sogenannten Einheitsstaat, der von dem damaligen Kaiser verwaltet und regiert wurde, was versteht man unter einem Einheitsstaat, https-//d.wikipedia.org-wiki-Einheitsstaat, als Einheitsstaat wird ein Staat bezeichnet, in dem die Staatsgewalt über das gesamte Staatsgebiet meist von der Hauptstadt aus zentralistisch ausgeübt wird, gebräuchlich ist heute zunehmend auch der Ausdruck Zentralstaat, 1, als besondere Ausprägung des Einheitsstaats wird teilweise der dezentrale Einheitsstaat genannt, der über dezentrale Organe der Selbstverwaltung wie etwa Bezirke oder Departements verfügt, die jedoch zentral beaufsichtigt werden, Einheitsstaaten werden durch Einteilung in Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls auch in eigenständige Selbstverwaltungskörbschaften gegliedert, nicht aber in eigenstädtliche Gliedstaaten wie im Bundesstaat, 2. Das Streben nach einem Einheitsstaat wird als Unitarismus bezeichnet, das Streben nach einer bundesstaatlichen Ordnung demgegenüber als Föderalismus, wie man hier feststellen kann, war damals zu Zeiten als Rudolf Steiner noch lebte, Österreich kein eigenstädtlicher Staat, wie der dort beschriebene Bundesstaat. Hierzu sollte einmal anmerken, dass auch Österreich einmal zu den deutschen Gebieten gehörte, in den deutschen Gebieten gab es auch ein Kaisereich, in diesem Kaisereich gab es einen Kaiser, der nicht von den Deutschen gewählt wurde, also kein Kaiser der Deutschen, sondern er war ein deutscher Kaiser. Nun muss man sich darüber klar werden, was denn im völkerrechtlichen Sinne so ein Kaisereich eigentlich war, war das Kaisereich ein echter Staat nach dem Völkerrecht? Hierzu können wir uns einmal die drei Elemente Lehre von Georg Jelinek anschauen, welche folgendes aussagt, im Staatsrecht existiert keine allgemeingültige Definition des Begriffs Staat. Georg Jelinek hat in seiner rechtswissenschaftlichen Definition, 1, den Staat als die mit ursprünglicher Herrschaftsmacht ausgerüstete Körperschaft eines sesshaften Volkes, Gebietskörperschaft, umschrieben, 2, die Definition von Jelinek begründet die staatlichen Merkmale in drei Elementen. Ein Staatsgebiet. Ein Staatsvolk. Eine Staatsgewalt, liegt eines dieser Merkmale nicht vor, so wird nach herrschender Lehre, U. A. Im deutschen Rechtskreis die allgemeine Staatslehre, nicht von einem Staat gesprochen, hatte also das Kaisereich von dem man wissen muss, dass es ein Staatenbund war, ein Staatsgebiet, der deutsche Kaiser, der zuvor der König des Bundesstaates Preußen war und die Verwaltung des Staatenbundes später hin übernahm, hatte in seinem Staatenbund, 26 eigenständige souveräne Bundesstaaten in einem Bund, 26 Völkerrechtssubjekte, also echte Staaten, die er mittels eines Vertrages und mit Zustimmung der Könige, Fürsten und Herzöge, also die Oberhäupter der Bundesstaaten, welche in den 26 Bundesstaaten regierten, verwaltet hat. Schauen wir einmal, was ein Staatenbund ist, https www.schrägstrich schrägstrich d.wikipedia.org schrägstrich wiki schrägstrich Staatenbund Der Staatenbund, völkerrechtlicher Verein, teilweise, im Falle eines organisierten Staatenbundes, 1, minus auch Konföderation genannt, ist ein Zusammenschluss souveräner Staaten, Mitgliedstaaten, 2, zuweilen als Gliedstaaten bezeichnet, 3, Bundesglieder, mit eigener Organisation auf Bundesebene, es handelt sich dabei um eine völkerrechtliche Staatenverbindung, 4, der Staatenbund ist kein wirklicher Staat und verfügt weder über ein eigenes Gebiet noch über eigene Staatsangehörige, wie man hier erkennen kann, hat ein Staatenbund kein eigenes Gebiet, also kein Staatsgebiet, nach der drei Elemente Lehre von Georg Jelinek, insofern wird dieser erste Punkt dieser Lehre schon nicht erfüllt, schauen wir auf den Punkt 2 dieser Lehre und überprüfen, ob ein Kaiserreich, also so ein Staatenbund eigene Staatsangehörige hat, was oben auch schon in der Beschreibung in einem Staatenbund ausgeschlossen worden ist, um dies überprüfen zu können, müssen wir in das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, Rostag 1913, aus dem Jahr 1913 schauen, http-//www.dokumentarchiv.de-ksr-1913-reichsstaatsangehörigkeitsgesetz.html Hierzu reicht es schon, die ersten Zeilen bis zum § 1 nachzuschauen, welche folgendes aussagen, Zitat Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, vom 22. Juli 1913, wir Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen Eck, verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt, erster Abschnitt, Allgemeinvorschriften, § 1, deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat § 3 bis 32, oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit § 3 bis 35, besitzt. Hieran erkennt man, dass der deutsche Kaiser, eigenständig kein Gesetz für die verwalteten Bundesstaaten in seinem Staatenbund, 26 in der Anzahl, erwirken konnte, er konnte hier lediglich durch vertraglich zugesicherte Verfügungen der Regierenden, Könige, Fürsten und Herzöge, aus den Bundesstaaten, für die Bundesstaaten oder für die Deutschen in den deutschen Kolonien im Ausland, welche die unmittelbare Reichsangehörigkeit hatten, etwas verordnen, wie hier das Rustag aus dem Jahr 1913, hier wurde dann schriftlich festgehalten, wer Deutscher im Staatenbund, also dem Kaiserreich war, es waren die Deutschen, welche die mittelbare Staatsangehörigkeit, also die direkte Staatsangehörigkeit zu einem Bundesstaat hatten und es waren die Deutschen, welche die unmittelbare Reichsangehörigkeit hatten, was aber die deutschen Kolonien waren, dieser Unterschied ist sehr wichtig, denn nur wer die mittelbare, also die Staatsangehörigkeit zu einem Bundesstaat hatte, besaß auch die Rechte als Staatsbürger des jeweiligen Bundesstaates, also auch die Rechte des Grund und Bodens des jeweiligen Bundesstaates, die Deutschen, welche die unmittelbare Reichsangehörigkeit hatten, durften sich zwar Deutschen nennen, sie hatten aber keinerlei Grund- und Bodenrechte an den Gebieten der Bundesstaaten, sie hatten somit keine Staatsangehörigkeit der 26 Bundesstaaten. Hieran kann man auch genau erkennen, dass ein Staatenbund kein Staatsgebiet hat, denn es gab nur Staatsgebiete in den Bundesstaaten, welche sich im völkerrechtlichen Verein, also dem Staatenbund befunden haben und dort vom Deutschen Kaiser verwaltet worden sind. Somit stellen wir hier auch fest, dass der Staatenbund kein Staatsgebiet und keine eigenen Staatsbürger, also kein eigenes Staatsvolk hatte und somit die ersten beiden Punkte der drei Elementelehre nicht erfüllt werden, kommen wir somit zu Punkt 3, dieser drei Elementelehre, hatte der Deutsche Kaiser also eine Staatsgewalt der 26 verwalteten Bundesstaaten seines Staatenbundes? Wie man oben schon feststellen konnten, musste der Deutsche Kaiser die Erlaubnis der regierenden Oberhäupter, Könige, Fürsten und Herzöge, der Bundesstaaten besessen haben, um ein Gesetz wie das Rustag einführen zu können. Er konnte nur etwas durch vertragliche Vereinbarten regeln, also mit der Zustimmung der Bundesstaaten, innerhalb dieses Gesetzes eigenständig etwas als deutscher Kaiser verordnen. Ein Gesetz hat juristisch gesehen, einen höheren Rang, als eine Verordnung, um das vereinfacht für den Laien begrifflich zu machen, auch die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 war keine völkerrechtliche Verfassung, also eine vom deutschen Volk erwirkte Verfassung gewesen, sondern ebenso nur eine Verordnung des Deutschen Kaisers, siehe hier, www.dokumentarchiv.de-ksr-fafx.html, Zitat, Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches, vom 16. April 1871, wir Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen Eck, verordnen hiermit im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt. § 1. An die Stelle der zwischen dem Norddeutschen Bunde und dem Großherzog Thümern Baden und Hessen vereinbarten Verfassung des Deutschen Bundes, Bundesgesetzblatt vom Jahre 1870, S. 627 FF, sowie der mit den Königreichen Bayern und Württemberg über den Beitritt zu dieser Verfassung geschlossenen Verträge vom 23. und 25. November 1870, Bundesgesetzblatt 1871, S. 9 FF. Und vom Jahre 1870, S. 654 FF, Tritt die Begefügte. Verfassung Urkunde für das Deutsche Reich. Punkt. Der deutsche Kaiser hatte also hernach auch keine Staatsgewalt, der in seinem Staatenbund sich befundenen Bundesstaaten besessen. Alle drei Punkte oder Elemente, treffen somit für das Kaiserreich nicht zu, insofern war das Deutsche Kaiserreich, Staatenbund, kein völkerrechtlicher Staat, was hiermit auch nachgewiesen wurde. Das Kaiserreich endete im Jahr 1918, als der deutsche Kaiser, wie auch die Könige, die Fürsten und auch die Herzöge plötzlich verschwunden waren. Wenn nun die regierenden Oberhäupter des Staatenbundes und der Bundesstaaten nun plötzlich verschwunden sind, ist dann der Staatenbund, also das Kaiserreich rechtlich und juristisch gesehen noch vorhanden, oder wer könnte denn dann noch ein Recht an dem Staatenbund, dem Bundesstaat oder dem Land haben? Und was bedeutet das nun juristisch und rechtlich gesehen, wenn die Regierenden, wie die damaligen im Kaiserreich, plötzlich weg sind? Gehen wir einmal näher auf diese soeben geschilderte Situation ein, wer könnte denn Rechte an einem Land haben? In der oben genannten drei Elemente Lehre erwähnte man ein Staatsgebiet, ein Staatsvolk, und eine Staatsgewalt. In diesen drei Elementen ist nichts von regierenden Oberhäuptern, also von Kaisern, Fürsten oder Herzögen zu lesen, aber etwas von einem Staatsvolk. Ein Staatsvolk ist also einer Grundvoraussetzung, damit ein Land ein Staat sein kann. Ein Staatsvolk setzt sich aus den vorhandenen Staatsbürgern zusammen, wer also Staatsbürger ist, oder durch Erbfolge vererbte Abstammungsrechte der Vorfahren, die eine Staatsangehörigkeit hatten bekommen hatte und sich mit anderen Staatsbürgern zusammenschließt und sozusagen dann ein Staatsvolk bildet und auch die Voraussetzung erfüllt, verbundene Rechte an dem Land zu besitzen, indem das zusammengesetzte Staatsvolk einen Staat errichten möchte, dann ist das auch nach der Staatslehre, also der drei Elemente Lehre von Georg Jelinek, rechtsgültig, Staatsbürger, also sogenannte Rechteträger an dem Land, Gebiet, Staatsgebiet, oder auch ehemaliges Staatsgebiet. Nun kommen wir wieder zur zuvor erwähnten Situation zurück, als der deutsche Kaiser, die Könige, die Fürsten und die Herzöge plötzlich verschwunden waren. Wir erinnern uns, der deutsche Kaiser war der Verwalter des Staatenbundes, also des Kaiserreiches, was ist juristisch und rechtlich damals passiert, als die Regierenden plötzlich weg waren. Vergleichen wir das mal zum besseren Verständnis mit einer Immobilie, also zum Beispiel mit einem Mehrfamilienhaus in dem mehrere Eigentumswohnungen mit mehreren Eigentümer der Eigentumswohnungen vorhanden sind, welche wiederum eigene Wohnungsverwalter zum Beispiel Hausmeister haben und diese dann eine übergeordnete Hausverwaltung vertraglich beauftragt haben, die anfallenden bürokratischen und rechtlichen zu berücksichtigten Tätigkeiten, wie zum Beispiel eine Hausordnung für diese Immobilie zu erstellen, in der sich diese Eigentumswohnungen befinden oder neben Kostenabrechnungen für die Mieter zu erstellen und Eigentümerversammlungen einzuberufen, das alles also zu organisieren und zu verwalten. Hier hat also der jeweilige Wohnungseigentümer der jeweiligen Eigentumswohnung, mit den Hausmeistern die wiederum einen Vertrag mit der Hausverwaltung hatten, sozusagen einen Verwalter für diese Immobilie eingesetzt, und somit einen Vertrag, Verwaltungsvertrag, für diese Immobilie als Ganzes geschlossen. Hier gibt es also Verträge mit mehreren Wohnungseigentümern, die diese Verträge mit Hausmeistern geschlossen und weitere Verträge der Hausmeister, welche Verträge mit einer Hausverwaltung geschlossen haben. Die Wohnungseigentümer haben also in diesem Beispiel keinen direkten Vertrag mit der Hausverwaltung geschlossen, sondern nur jeweils einen Vertrag mit ihrem eigenen Verwalter der Wohnung, den jeweiligen Hausmeister. Stellen wir uns nun einmal vor und vergleichen das einmal mit dem oben genannten Beispiel, das Kaiserreich ist also die oben erwähnte Immobilie, die Bundesstaaten waren hier dann die Eigentumswohnungen und die Könige, Fürsten, Herzöge die direktregierenden Verwalter also die Hausmeister der Eigentumswohnungen und die Staatsbürger letztendlich als Eigentümer der Eigentumswohnungen. Der deutsche Kaiser war hier die übergeordnete Hausverwaltung, welche Verträge mit den Hausmeister geschlossen hat, den Königen, Fürsten und Herzögen und er selbst war der Hausverwalter der gesamten Immobilie. Wenn nun der deutsche Kaiser, der Verwalter der gesamten Immobilie, der einen Vertrag mit den direkten Verwaltern, hier denn den Königen, Fürsten, Herzögen, also den Hausmeistern der einzelnen Wohnungen dieser Wohnungseigentümer, welcher hier die Staatsbürger, also das Volk waren, geschlossen hatte, diese Verwalter nun allesamt plötzlich verschwunden sind, außer die Wohnungseigentümer selbst, die immer noch da sind, sind dann auch die Rechte, also die Eigentumsrechte an der Immobilie und an den Wohnungen, die sich in der Immobilie befinden, ebenso verschwunden? Sicherlich nicht, wenn es zwei Vertragspartner gibt, die einen Vertrag schließen, diese dann beide verschwunden sind, ist auch der Vertrag hinfällig und somit nichtig. Verträge können hier nicht zulasten Dritter, also den Wohnungseigentümern, geschlossen werden, das ist Vertragsrecht, also gilt das auch auch bei staatlichen oder landestypischen Verträgen zwischen einem Kaiser und Königen, Fürsten oder Herzöge. Das Kaiserreich wurde gegründet und mittels erwirkter Verträge der Vertragspartner erschaffen, indem der deutsche Kaiser, der eine Vertragspartner als Verwalter des Staatenbundes war und die Verwalter der Bundesstaaten, hier also die Könige, Fürsten und Herzöge, die anderen Vertragspartner waren, welche mit ihm den Vertrag schlossen. Die Staatsbürger, also die Träger der Rechte an Grund und Boden, hier die Rechte Träger der deutschen Gebiete genannt, also dieser Bürger der Bundesstaaten, hatten keinen Vertrag mit diesen Vertragspartnern. Das Kaiserreich löste sich somit also auf, nachdem die Vertragspartner des Staatenbundes verschwunden waren, übrig blieben, die sich in dem Staatenbund befundenen Staatsbürger der Bundesstaaten, die deutschen Gebiete welche die Bundesstaaten waren, aber welche keine Regierenden mehr hatten und somit nicht mehr weitergeführt werden konnten. Das waren die deutschen Gebiete in den Grenzen des Jahres 1937, die 1990 von den Alliiertenkräften freigegeben worden sind und das Besatzungsstatut in diesem Zusammenhang ebenso beendet wurde, damit die Mauer zur damaligen DDR fallen konnte. Die Rechte an Grund und Boden der Bundesstaaten blieben aber bei den Staatsbürgern, oder den jetzigen Nachfahren, welche die Rechte daran weiter vererbt bekommen haben. Aber nach dem Wegfall des Kaiserreichs hätten die Bundesstaaten durch die Staatsbürger wieder völkerrechtlich erwirkt werden können, was aber nicht geschah, stattdessen rief man einfach die Weimarer Republik aus, die aber nichts mit einem völkerrechtlichen Staat, einem sogenannten föderalen Bundesstaat, rechtlich nach dem Völkerrecht gesehen, zu tun hatte. Auch durch die Ausrufung dieser Weimarer Republik, sind die Rechte an Grund und Boden der damaligen Bundesstaaten nicht verloren gegangen. Diese Erkenntnis hierum ist sehr wichtig, um verstehen zu können, wer bis heute die Rechte an unserem Land, also an dem Grund und Boden der deutschen Gebiete, der alten damaligen Bundesstaaten hat. Diese Rechte, also die Rechte an unserem Land, die Rechte an unserem Grund und Boden der deutschen Gebiete, haben wir Deutschen nach Abstammung, also durch die Erbfolger unserer Vorfahren aus den 26 alten Bundesstaaten, vererbt bekommen, so wie man auch etwas vererbt bekommt, von einem verstorbenen Vorfahren, zum Beispiel ein Haus oder ein Auto. Und wie weist man nun dieses Erbrecht des Grund und Bodens der deutschen Gebiete nach, fragt man sich vermutlich, dieses Erbrecht kann mittels Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, oder Sterbeerkunden nachgewiesen werden, die bis vor das Jahr 1913 zurückreichen, denn da gab es noch diese Bundesstaaten, in denen es noch die Staatsbürger mit den Grund- und Bodenrechten gab. Hierzu muss man die Erbfolge einer Linie beachten, entweder der väterlichen Linie, also Vater, Großvater, Urgroßvater und so weiter zurück bis vor das Jahr 1913, oder der mütterlichen Linie, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und so weiter zurück bis vor das Jahr 1913. Hat man diesen Nachweise, kann man sich diese in einem Rechtsmittel des Völkerrechts, was man Verfassungebende Versammlung nennt, von anderen Rechteinhabern-Rechteträgern der deutschen Gebiete, dort mit einer Registrierungsnummer bestätigen lassen. Somit hat man dann nachgewiesen, ebenso Rechteinhaber-Rechteträger der deutschen Gebiete zu sein. Diese hier erwähnten Bundesstaaten, die es zuletzt nur noch vor dem Jahr 1913 hierzulande gab, waren die letzten Völkerrechtssubjekte, also die letzten völkerrechtlichen Staaten in unserem Land, danach gab es bis heute, keinerlei echte Staatlichkeit mehr. Einen völkerrechtlichen Staat nach dem Völkerrecht, können nur Rechteinhaber-Rechteträger eines Landes erschaffen, die nachweisen können, die Grund- und Bodenrechte des Landes zu besitzen, indem der Staat zum Beispiel ein föderaler Bundesstaat erschaffen werden soll. Diese Rechteinhaber-Rechteträger, welche alle Rechte bereits in sich selbst tragen, haben auch das Recht, sich eine Verfassung geben zu können und zu dürfen, sie haben auch das Recht sich Gesetze geben zu können, sie haben alle Rechte auf das, was sich in ihrem Land befindet, also auch die Rechte an den dort errichteten Immobilien, Ländereien, Wälder, Seen-Eck. Um feststellen zu können, ob es sich hierzulande in den deutschen Gebieten mit einem speziellen politischen Gebilde, um einen völkerrechtlichen Staat gehandelt hat, muss man lediglich die drei Elemente-Lehre von Georg Jellinig betrachten, wie in den Beispielen zuvor. Man kann es selbst nachprüfen, die Weimarer Republik die nach dem Kaiserreich kam, war kein völkerrechtlicher Staat, das darauf folgende Dritte Reich war kein Staat und auch die BRD von 1990 sowie auch nach 1990 und zwar bis dato, ist kein völkerrechtlicher Staat, also nichts Völkerrechtliches aus denen man die Grund- und Bodenrechte der deutschen Gebiete herleiten könnte, die BRD war und ist bis heute ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet, was auch im damaligen Grundgesetz von 1949 und auch im heutigen Grundgesetz im Artikel 133 geschrieben steht, die BRD hat auch keine Bürger, so wie es ja viele immer gerne nennen, die BRD hat lediglich Bewohner eines Wirtschaftsgebietes, das kann man im Art. 25 der beiden Grundgesetze alt und neu ab 1990 nachvollziehen, die heutige BRD ist ein von dem Bund der Parteien verwaltetes Firmenkonsortium und kein Staat, im Jahre 1990 wurden alle Behörden und Ämter aufgefordert, sich eine DUNS-Nummer zu besorgen, damit eine eindeutige Erkennung der Firmen im internationalen Firmenverzeichnis wie zum Beispiel www.upik.de und somit für internationale Unternehmen die Firmenkennung der BRD-Behörden auch nachvollziehbar ist. Die im Personalausweis angegebene Staatsangehörigkeit Deutsch ist keine solche, sondern nur die Angabe einer Nationalität, auch der sogenannte Gelbeschein bestätigt einem nicht die Grund- und Bodenrechte der deutschen Gebiete, der Gelbeschein weist die Staatsangehörigkeit zum Dritten Reich von 1934 nach und kann als Täuschung im Rechtsverkehr betrachtet werden, für den man noch 25,00 Euro im Vereinigten Wirtschaftsgebiet und deren Behörden, bezahlen muss. Ein Nachweis der Grund- und Bodenrechte und der Wechsel des Rechtskreises von der juristischen Person ohne Rechte, in eine natürliche Rechtsperson mit Rechten, also den Wechsel zu einem Rechteträger-Rechteinhaber der nachweisliche Gebietsrechte besitzt, ist somit nur mittels einer verfassgebenden Versammlung und den darin agierenden Rechteinhabern-Rechte-Trägern möglich. Ein Bundesbewohner in der BRD, der einen Personalausweis, einen Pass, einen gelben Schein oder ähnliche Dokumente besitzt, hat keinerlei nachgewiesene Rechte an Grund und Boden der deutschen Gebiete, diese Rechte können nur durch nachgewiesene Rechteinhaber- schrägstrich-Rechte-Träger innerhalb eines völkerrechtlichen Rechtsmittel, was man auch Nationalversammlung, Nationalkonvent, oder auch verfassgebende Versammlung nennt, bestätigt werden, diese Bestätigung erhält man nicht von diesen BRD-Behörden, da die BRD keinerlei Rechte an Grund und Boden der deutschen Gebiete besitzt, die BRD ist nur ein von den alliierten Kräften nach dem Zweiten Weltkrieg, auf den damals getrennten deutschen Gebieten, eingesetztes Verwaltungskonstrukt gewesen, die BRD war schon seit 1949 ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet, was aber 1990 ein Ende fand, als James Barker der amerikanische Außenminister mit dem Außenminister der Sowjetunion Eduard Shevardnadse in Paris also die alliierten Kräfte, den Artikel 23 des deutschen Grundgesetzes strichen, in dem der räumliche Geltungsbereich dieses Grundgesetzes niedergeschrieben war, mit der Streichung dieses Artikels 23 wurde gleichzeitig das Grundgesetz nichtig und das Besatzungsstatut der deutschen Gebiete beendet, wir Deutschen wurden also schon 1990 bereits frei und erhielten unsere Gebiete zurück, aber warum haben wir das Grundgesetz immer noch, sollte man sich jedoch nun einmal fragen, die damaligen Politiker in der BRD, wurden mit der Beendigung des Besatzungsstatutes und der Streichung des Artikels 23 und dem damit verbundenen Nichtigwerden des Grundgesetzes, allesamt mit diesem Akt aus ihren Ämtern entlassen. Sie hatten keinerlei Berechtigung und keine Legitimation des deutschen Volkes mehr, weiterhin politisch aktiv zu bleiben und die BRD durch die Überschreibung des Artikel 23 in einem veränderten Grundgesetz, weiterzuführen, sie hatten auch kein Recht, die restlichen deutschen freigegebenen Ostgebiete zu verschenken, welche von Russland verwaltet wurden und die Russland auch an die Deutschen zurückgeben wollte. Die damaligen Politiker hätten die im alten Grundgesetz und im Artikel 25 angegebene Pflicht gehabt, das deutsche Volk über diesen juristischen und rechtlichen Akt zu informieren und in diesem Zusammenhang auch eine verfassgebende Versammlung einzuberufen, damit die Deutschen wieder ihre freigegebenen deutschen Gebiete zurückbekommen und hier dann auch einen völkerrechtlichen Staat errichtet werden kann. Das geschah aber nicht, denn die heutige BRD wird ohne eine Legitimation des deutschen Volkes zu haben, von den Parteien und deren Politiker weitergeführt. Die BRD ist daher auch nicht Deutschland, also das Deutschland welches sich aus den freigegebenen Gebieten in den Grenzen des Jahres 1937 zusammensetzt und wegen der unrechtmäßigen Abgabe der Ostgebiete nicht als Staat mit diesem Staatsgebiet so ohne weiteres errichtet werden kann. Ab dem Jahr 1990 wurden hierzulande in der BRD alle Bundesländer, Städte und Gemeinden angeschrieben und darüber informiert, dass die Ämter und Behörden der BRD, sich nun eine sogenannte DUNS-Nummer zu besorgen hätten, und diesen neu eingerichteten Behördenunternehmen dann in den internationalen Firmenverzeichnissen eingetragen und somit auch zugeordnet werden können, um sich als Unternehmen international legitimieren zu können, also das Szenario, was oben schon beschrieben wurde. Hier täuschte man das gesamte deutsche Volk, denn die meisten haben nicht die Kenntnis von solchen juristischen und rechtlichen Begebenheiten. Mit dieser soeben genannten Maßnahme, hat man die Deutschen innerhalb ihrer eigenen freigegebenen Gebiete, in der sich diese BRD bis dato befindet und welchen nicht den Deutschen gehört, komplett in der BRD rechtlos gemacht. Die Deutschen sind somit finanziell ausgenommen worden. Mit rechtswidrigen Steuern, sie sind krank gemacht worden, mit einem Gesundheitssystem was lediglich mit überhöhten Kosten die Krankheitssymptomen mildert, die Menschen damit aber nicht heilt, sondern mit nachgewiesenen schädlichen Medikamenten und Impfungen sogar kränker macht. Die BRD und ihre Politiker lassen es zu, dass wir genmanipulierten Nahrungsmittel verzehren müssen. Sie lässt es zu, dass man unsere Luft mit verschwörungstheoretischen Chemtries, die man aus Flugzeugen versprüht, was man auch fachsprachlich, Geniering nennt und zur Wettermanipulation dient, auch krank macht. Sie lässt es zu, dass wir abgehört und kontrolliert werden, dass man uns mit unrechtmäßigen Strafen unterdrückt und finanziell ausnimmt. Sie lässt es zu, dass man uns das Bargeld nehmen will. Sie lässt es zu, dass die Deutschen Hartz-Eff beziehen müssen, Arbeitslose sich wie wertlose Sklaven behandeln lassen müssen in Agenturen die sich früher Ämter, Arbeitsämter nannten und jetzt lediglich nur Firmen sind, mit Altersammut mit Deutschen denen man Mini-Renten zahlt, mit denen viele nicht mal mehr überleben können, mit Mini-Löhnen die ein Überleben nicht möglich machen und man etliche Jobs annehmen muss, um überleben zu können, mit Unternehmen die man finanziell mit dem eingeführten System in den Ruin bringt und die Unternehmen dann enteignet, mit Immobilien die man den Deutschen abnimmt und man sie damit ebenso enteignet, man uns mittels unbegrenzter Zuwanderern zu einer Minderheit im eigenen Land werden lässt, und viele weitere Dinge lässt sie zu, die man hier alle gar nicht aufführen kann, die Deutschen sind lediglich in der BRD nur eine Person die eine juristische Maske trägt, deren Nutzen für die BRD gemäht wird, indem man die Deutschen zum Nutzen der BRD finanziell ausnimmt, sie enteignet, ihnen die Kinder stiehlt mittels weiterer Firmen die sich Jugendamt nennt und Geld diese damit Geld, viel Geld verdient, die Deutschen jedes von der BRD zugefügte Leid ertragen müssen, diese juristische Person hat keinerlei Rechte innerhalb der BRD, nur in einer verfassgebenden Versammlung können die Rechteinhaber mittels einer Verfassung, mittels Gesetze und Dekrete bestimmen, keine Personen, wie diese in der BRD und dem römisch-katholischen Recht und dem sogenannten bürgerlichen Tod, der alle BRD-Bewohner rechtlich und juristisch zu einer Sache, zu einer juristischen Person mit einem rechtlichen Hinweis im Einführungsgesetz des BGB, dem PBEG, hier im Art. 10.1 gemacht hat, abendern. Dieser bürgerliche Tod bewirkt, dass man nach dem römischen Recht, Capitis de minutio maxima, zu einem rechtlosen Sklaven gemacht worden ist, dies hat man mit der Anmeldung der Geburt eines Kindes vollzogen, wenn dieses Kind dann eine Geburtsurkunde bekommt, in dem der Name der Person geschrieben steht und dann der Name der Person, dem Recht des Staates unterliegt. Auch wenn die BRD ja kein Staat nach dem Völkerrecht ist, so suggeriert sie allen Deutschen doch, dass es dem Anschein nach ja ein echter Staat mit Ämtern wie zum Beispiel das Finanzamt wäre, was aber rechtlich gesehen nach dem Völkerrecht tatsächlich kein Staat ist. Deshalb ist die BRD auch nicht Deutschland. Dieser dort niedergeschrieben bürgerliche Tod ist für einen Laien nicht zu erkennen, allerdings schon für Menschen mit juristischen Kenntnissen und einem gewissen Rechtsverständnis. Dieser Name, den wir zu unserer Geburt bekommen haben, gehört uns nicht und ebenso gehört uns nichts. Was wir mit diesem Namen käuflich erworben haben, in diesem System, in diesem Vereinigten Wirtschaftsgebiet namens BRD, mit der Geburtsurkunde wird dann beide Bits in Basel, Handel an den Börsen betrieben und diese juristische Person erhält dann auch ein sogenanntes Stromankonto, welches den eingeschätzten Wert der jeweiligen Person erfasst, um das hier einmal vereinfacht darzustellen. Hier ist ein Vermögensentzug, eine Enteignung der juristischen Personen, also den Bewohnern der BRD jederzeit möglich, insbesondere, wenn es einen Finanzkrass an den Börsen geben sollte und das Geldsystem zusammenbrechen sollte und die finanzierten Immobilien, Autos und andere erworbene Konsumgüter und deren bewilligter Kredit nicht mehr bedient werden kann, dann wird es sicherlich Enteignungen geben, bei den Deutschen die als Bewohner der BRD registriert worden sind, das nennt man dann, den bürgerlichen Tod und dem damit verbundenen Vermögensentzug, der bürgerliche Tod muss in einer Verfassung explizit ausgeschlossen worden sein, denn bei Nichterwähnung des bürgerlichen Todes, findet er automatisch statt, das macht man mit juristischen Tricks die derlei ohne juristischen und rechtlichen Kenntnisse zu besitzen, so einfach nicht bemerkt, an zwei älteren Verfassungen kann man das sehr gut feststellen, in der preußische Verfassung des Jahres 1850 wurde der bürgerliche Tod im Art. 10 dieser Verfassung ausgeschlossen und dieser Hinweis dazu, wurde dort niedergeschrieben, siehe hier, http-//www.dokumentarchiv.de-nzjh-faf 1850.html, Zitat, Artikel 10 der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögensentziehung finden nicht statt, in der Verfassung des Jahres 1850 1871, welche auch keine vom Volk erwirkte Verfassung, sondern eine Verordnung des Kaisers war, findet man keinen Hinweis zum bürgerlichen Tod, siehe hier, http-//www.dokumentarchiv.de-ksr-fafx.html da der bürgerliche Tod dort nicht explizit ausgeschlossen wurde, fand er also statt, für die BRD-Bewohner ist er im Beg und im Art. 10.1 festgehalten, hier ist er zu finden, https//www.gesetzeiminternet.de//bjnr006049896.html Zitat, Art 10 Name 1, der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört, der Name einer Person, das ist der Name der in der Geburtsurkunde geschrieben steht, also der Name der zum Beispiel aus Franz, den Franz Müller gemacht hat, Franz aus der Familie Müller, wäre hier der natürliche Name der Person, aber der Name Franz Müller ist der Name der juristischen Person, dieser Name gehört nicht dem Franz aus der Familie Müller, sondern dem Staat, welche diese Geburtsurkunde ausgestellt und den Namen Franz Müller sozusagen erschaffen hat, dieser Name unterliegt dem Recht des Staates hier der BRD, dieser Name unterliegt der Enteignung, der Gefahr der Wegnahme von allem, was der Franz aus der Familie Müller sich mit diesem Namen Franz Müller gekauft und erworben hat, dieser Name der auch in dem Personalausweis geschrieben steht und mit dem man dann Verträge abschließt, Kaufverträge von Autos, Waschmaschinen, Immobilien etc., das gehört einem dann nicht, denn das gehört der BRD, dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet, der Eigentümer dieser Geburtsurkunden und somit auch des Namens Franz Müller ist. Hier lässt sich also bei genauer Betrachtung, eigener Recherche und Überprüfung feststellen, dass man den Deutschen sukzessiven nach dem Wegfall der damaligen Bundesstaaten, die bürgerlichen Rechte stetig nach und nach und immer mehr, entzogen hat und das bis heute, nicht nur das, man hat versucht den Deutschen auch die Gebietsrechte zu entziehen, was durch Einsetzung der verfassungsgebenden Versammlung im Jahre 2014 allerdings vereitelt, also verhindert wurde, deshalb kann man jedem anraten, ob deutscher oder auch integrierter Ausländer in den deutschen Gebieten, sich in der verfassungsgebenden Versammlung anzumelden und auch an der Volksabstimmung teilzunehmen, schließlich ist ja die verfassungsgebende Versammlung, die Versammlung des Volkes, die verfassungsgebende Versammlung ist ein Rechtsmittel des Völkerrechts, das ist so etwas wie ein Einspruch oder Widerspruch in einem gerichtlichen Verfahren, was ein Volk rechtlich wahrnehmen kann und dieses Rechtsmittel kann nur an Stärke und Durchsetzungskraft gewinnen, wenn das Volk sich auch dort anmeldet und auch diesbezüglich dann gegebenenfalls, wenn nötig, sich versammelt, fehlt das Volk, dann kann auch die verfassungsgebende Versammlung nichts durchsetzen, denn sie vertritt sozusagen die Macht des Volkes, fehlt also das Volk, dann fehlt auch die Macht des Volkes, vor kurzer Zeit wurde auch schon in den Medien und der Presse verlautet, dass der römisch-katholische Papst in Rom, das Geburtenrecht, also das Abstammungsrecht ändern wollte, was hätte das für eine rechtliche Folge, kann man sich hier fragen, das würde bedeuten, dass die Nationalität und infolgedessen die Rechte an Grund und Boden beseitigt und verschwinden würden, ein Beispiel zum besseren Verständnis, eine schwangere deutsche Frau setzt sich in ein Flugzeug und fliegt nach Afrika in den Urlaub, dort bekommt sie dann unvorbereitet ihr Kind, das Kind wäre dann kein Kind mit deutscher, sondern mit afrikanischer Abstammung, die Rechte an den deutschen Gebieten gingen somit nach und nach immer mehr verloren, die Nationalität würde dann verschwinden, würde diese Frau erneut in einem wiederum schwangeren Zustand nach Spanien fliegen und auch dort wieder ihr Kind gebären, wäre es ein Kind mit spanischer Abstammung, diese Frau hätte dann Kinder mit verschiedenen Abstammungen und Nationalitäten, dieses Vorhaben des Papstes wurde mittels Dekret und Gesetz in der verfassungsgebenden Versammlung bereits verhindert und die Anwendung des römisch-katholischen Rechts in den deutschen Gebieten unter Strafe verboten. Hier nun soll der vollständige Rechtssatz aufgezeigt werden, mit welcher juristischen und rechtlichen Berechtigung eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden kann und was sie dann bewirkt, https www.verfassungsgebendeversammlung.com-rechtssatz.html Vollständiger Rechtssatz Durch die Ausrufung der verfassungsgebenden Versammlung sind alle bestehenden und vorherigen Rechtssysteme sowie Staatsgebilde erloschen, über der konstituierenden Gewalt Puff oder Konstituent, des Volkes steht kein anderes Recht, die Bundesrepublik Deutschland hat sich diesem höheren Recht selbst unterstellt, wie sie in den Artikeln 25 und 146 Grundgesetz sowie der UN-Garta, UN-Zivilpakt, UN-Sozialpakt, zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, Artikel 1-1-3, und durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts Pfefg 2 BVG 151 vom 23. Oktober 1951, i. Senat, Leitsatz 21 und 21 a und c, Leitsatz 27 und 29, Uskogins verbindlich erklärt, die Existenz und somit die Rechtswirksamkeit dieser verfassungsgebenden Versammlung für Deutschland ist durch den Schriftverkehr mit dem Bundesverfassungsgericht ab 3. Juli 2018 und vor allem mit dem Schreiben vom 12. Juli 2018 offiziell bestätigt, Aufschlüsselung des vorherigen Rechtssatzes, die Bundesrepublik Deutschland untersteht nach den eigenen Rechtsgrundsätzen dem höheren Rang dieser völkerrechtlichen verfassungsgebenden Versammlung, deren Rechtsstand sie durch ihre Rechtsvorschriften und Gesetze verbindlich dokumentiert und als das über ihr stehende Recht anerkennt, Rechtsverweise in der Kurzform, a, Art. 25 und Art. 146 Grundgesetz vom 23. Mai 1949 b, UN-Garta, UN-Zivilpakt UN-Sozialpakt, zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, Artikel 1-1-3, c, Urteil des Bundesverfassungsgerichts Pfafg 2 BVG 151 vom 23. Oktober 1951, i, Senat, Leitsatz 21 und 21 a, b, und c, Leitsatz 27 und 29, Rechtsverweise in der vollständigen Ausfertigung, 1, Artikel 146 des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Damit es zweifelsfrei klar, das Grundgesetz war noch niemals und ist auch heute keine völkerrechtlich relevante Verfassung, sondern ein vorgegebenes Verwaltungspapier. 2, Artikel 133 des Grundgesetzes, der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Der BRD-Bund ist also kein Staat, sondern eindeutig die Treuhandverwaltung für ein privatrechtlich organisiertes, vereinigtes Wirtschaftsgebiet, daher auch so viele Privatisierungen ehemaliger staatlicher Einrichtungen. 3, Artikel 25 des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949, die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechtes, sie gehen den Gesetzen, der BRD, vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. Das höhere Völkerrecht steht zweifelsfrei über jedem Staats- und Bundesrecht, dieses internationale Recht steht über Verwaltungsrecht, bestätigt die BRD selbst durch diesen Artikel. 4, Urteil des Bundesverfassungsgerichts Pfaffg 2 BVG 151 vom 23. Oktober 1951, i. Senat, Leitsatz 21 und 21c, eine Verfassung eben der Versammlung ist ein weltweit anerkannter, völkerrechtlicher Akte und hat einen höheren rechtlichen Rang als die aufgrund der erlassenen Verfassung gewählte Volksvertretung, siehe Art. 25 GG, sie ist im Besitz des Puffer-Konstituent, mit dieser besonderen Stellung ist unverträglich, dass ihr von außen Beschränkungen auferlegt werden, ihre Unabhängigkeit bei der Erfüllung dieses Auftrages besteht nicht nur hinsichtlich der Entscheidung über den Inhalt der künftigen Verfassung, sondern auch hinsichtlich des Verfahrens, in dem die Verfassung erarbeitet wird. Und Leitsatz 27, das Bundesverfassungsgericht erkennt die Existenz über positiven, auch den Verfassungsgesetzgeber bindenden Rechtes an und ist zuständig, das gesetzte Recht daran zu messen, und Leitsatz 29, dem demokratischen Prinzip ist nicht nur wesentlich, dass eine Volksvertretung vorhanden ist, sondern auch dass den Wahlberechtigten das Wahlrecht nicht auf einem in der Verfassung nicht vorgesehenen Wege entzogen wird. 5, Rechtssatz zur Entstehung eines Rechtssubjekts, also eines Staates, das völkerrechtliche Subjekt ein Staat, hier in Deutschland wären das die Bundesstaaten, Bestand und besteht durch seine legitimen, natürlichen Rechtspersonen Staatsangehörige der Bundesstaaten, also unsere Groß- oder Urgroßeltern, und ihrer in der Rechtsfolge, also wir als Nachkommen, welche ihrerseits ihre unveräußerlichen und unauflöslichen Rechte aus dem völkerrechtlichen Subjekt, den Staaten oder dem Staat, ziehen. 6, der amerikanische Außenminister erklärte am 18. Mai 1956 anlässlich der Genfer Außenministerkonferenz, die Bundesrepublik Deutschland und die sogenannte Deutsche Demokratische Republik stellen nicht, und zwar weder getrennt, noch gemeinsam, eine gesamtdeutsche Regierung dar, die ermächtigt wäre, für das als Deutschland bekannte Völkerrechtssubjekt zu handeln und Verpflichtungen einzugehen, die Regierung der Vereinigten Staaten ist nicht der Auffassung, und sie wird es auch nicht zulassen, dass Deutschland als Völkerrechtssubjekt für immer in neue separate Staaten aufgeteilt ist. 7, das Völkerrechtssubjekt Deutschland als Ganzes befindet sich nachweislich im Rechtsstand der Verfassung ebenden Versammlung vom 1. November 2014 für sämtliche Gebiete in den völkerrechtlich anerkannten Grenzen der Auenministerkonferenz in Moskau von 1943, dem Londoner Protokoll von 1944, wie der Post-Ammer-Konferenz von 1945 und im Gebietsstand vom 31. Dezember 1937 und somit de jure in dem damit übereinstimmenden Gebietsstand vom 18. Juli 1990 bzw. de facto im Gebietsstand vom 29. September 1990. 8, UN-Karta, UN-Zivilpakt UN-Sozialpakt, zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, Artikel 1-1, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung, Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung, 2, alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen, in keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden. 3, die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der Garta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten. Das Selbstbestimmungsrecht bedeutet heute, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist eines der Grundaxiome der Garta der Vereinten Nationen, es wird in den Artikeln 1, 2 und 55 erwähnt und als eine Grundlage der Beziehungen zwischen den Staaten bezeichnet, eine bindende Verpflichtung der Vertragsstaaten zur Einhaltung des Rechts auf Selbstbestimmung geht aus den beiden Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen hervor, die 1966 von der UN-Generalversammlung angenommen wurden und nach Erreichen der nötigen Anzahl an Ratifizierungen 1977 in Kraft traten, der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, IPP, sowie der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, IPSK, gleichen Datums erklären das Selbstbestimmungsrecht für die Vertragsstaaten als verbindlich. In beiden Pakten heißt es gleich lautend in Artikel i, 1, alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung, Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. 2, alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen, in keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden. 3, die Vertragsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich sind, haben entsprechend der Garta der Vereinten Nationen die Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung zu fördern und dieses Recht zu achten. Für die Überwachung der Einhaltung dieser Vertragspflicht sind der UN-Menschenrechtsausschuss und der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verantwortlich, der konkrete Gehalt dieser Rechtsnorme ist in einem Generalkomment des Menschenrechtsausschusses aus dem Jahre 1984 formuliert, 5, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist aus Kogens, vergleiche die Kodifikation in Art. 53 Wiener Vertragsrechtskonvention, WVHK, 6, es handelt sich mithin um eine Norm, von der nicht abgewichen werden darf, und die nur durch eine spätere Norm des allgemeinen Völkerrechts geändert werden könnte, Verträge, die gegen existierendes Aus Kogens verstoßen, sind nichtig, vergleiche die in Art. 53 WVHK kodifizierter Regel, 7, das Selbstbestimmungsrecht schafft grundsätzlich gerade keine Individualrechte, sondern bietet zunächst den Rahmen für deren Entfaltung oder jedenfalls die freie Gruppenbildung, ein Recht des Individuums darauf, dass der Gruppe, deren Mitglied es ist, dieses Recht gewährt wird, besteht freilich. 9, Urteil des Oberverwaltungsgericht Münster, Urteil vom 14. Februar 1989, 18 A 858 87, NVWZ 1989, 790, Surf 51, 1991, 191, S. 310, 89 1, Ein neuer Staat erwirbt seine Völkerrechtspersönlichkeit unabhängig von seiner Anerkennung oder Nichtanerkennung durch die bloße Tatsache seines Entstehens. Die an der Anerkennung liegende Feststellung, dass der Staat entstanden sei, ist nur deklaratorischer Natur, 10, Bundesgesetzblatt e, Seite 855 890 vom 23. September 1990, mit der Rechtswirksamkeit vom 29. September 1990. Der räumliche Geltungsbereich des Grundgesetzes vom 23. Mai 1949 ist durch Streichung des Artikel 23 Grundgesetz weggefallen. Ein neuer Geltungsbereich wurde in das Gesetz nicht eingefügt, wobei eine Prambe nicht zu dem jeweiligen Gesetz gehört. Des Weiteren wurde der Artikel 23 mit einem neuen Text versehen, was nach internationalen, juristischen Regeln erneut zur Nichtigkeit des ganzen Gesetzes führt. Wir haben wegen der vorgenannten Ereignisse und Rechtsverhältnisse immer noch den Rechtstand der Eure vom 18. Juli 1990, bzw. de facto vom 29. Juli 1990 und daher beziehen wir uns auch immer auf das Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Die verfassgebende Versammlung hat auch ein Dekret, was in Bezug zu den arglistig eingeführten juristischen Personen dieser BRD ein Dekret und Gesetz erlassen, welches hier zu finden ist www.verfassgebendeversammlung.com www.verfassgebendeversammlung-dekretna24.html und folgendes aussagt, Zitat Dekret Nummer 24 Bezugnehmend auf Dekret Nummer 21 und somit Gesetz Nummer 17 vom 3. September 2017, erlässt hiermit die verfassgebende Versammlung für den föderalen Bundesstaat Deutschland, heute am 5. Januar 2018 das Gesetz Nummer 20 und veröffentlicht den Gesetzestext durch dieses Dekret Nummer 24 § 1 In der weiteren Klarstellung und Wirkung zum Dekret Nummer 21 und somit Gesetz Nummer 17, § 1, § 2, § 3, § 4, und § 5, wird bestimmt, dass sämtliche Geburtsurkunden und somit die juristischen Personen und Schrägstrich oder die juristische Bezeichnung der Name der Person innerhalb des Verwaltungsgebildes Bundesrepublik Deutschland, wie in allen anderen Gebieten, welche unter Artikel 4 und Artikel 5 der Verfassung vom 4. April 2016 ausgeführt würden sowie entsprechend der juristischen Definition § 10.1 sowie Art 7, Absender 1 und Absender 2, hiermit beschlagnahmt sind, dies stellt gleichbedeutend klar, dass jede Rechtgrundlage und Schrägstriche oder Rechte, die von dem Geltungsbereich und der Wirksamkeit des kanonischen Rechts berührt und Schrägstrich oder von diesem Rechtskreis abgeleitet werden können, hiermit für die zuvor genannten Gebiete aufgehoben und deren Anwendung unter Strafe verboten ist, § 2, des Weiteren wird ergänzend zu § 1 dieses Dekretes beschlagnahmt, was in unmittelbarem Zusammenhang mit den vorgenannten Geburtsurkunden und somit juristischen Personen in Verbindung zu bringen ist, oder deren Rechtskreis berühren, hierzu zählen ebenso angesammelte Werte und Güter, wie Rechtsverhältnisse die der juristischen Person zuzuordnen und nicht durch missbräuchliche Verwendung dieser Person entstanden sind, Werte, Güter oder rechtliche Inhalte, welche die juristische Person nicht als Begünstigten ausweisen, vielmehr als Schuldner verpflichten können, fallen den Schadensverursachern und somit den Erschaffern der juristischen Person zu. § 3, bereits ab dem 1. November 2014, wie unmittelbar nach der Rechtswirksamstellung dieses Dekretes, erlangen die natürlichen Rechtspersonen die uneingeschränkte Vollmacht und Rechtsfähigkeit über die ihnen Untertäuschung im Rechtsverkehr arglistig zugeteilten juristischen Personen, wodurch ihnen die nachfolgende und spätere Verwendung überlassen ist, die Einschränkung der Vollmacht und Rechtsfähigkeit ist unter Strafe verboten, wobei Näheres durch ein Gesetz geregelt wird. § 4, juristische Personen, welche in den Gebieten gemäß Aufstellung unter § 1 aufgeführt sind und keine Staatsangehörigkeit zum Bundesstaat Deutschland nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz vom 14. April 2016 und dem Verwaltungsgesetz zum Staatsangehörigkeitsgesetz vom 2. Mai 2016 erlangen können, haben in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit der rechtlichen Feststellung ihrer natürlichen Rechtsperson, wie der Beschlagnahme ihrer juristischen Rechtsperson, ein Verfahren über die Feststellung der natürlichen Rechtsperson und deren vorgenannten Folgen, kann eine Gesetzesvorschrift folgen, die durch das zuständige Amt des Bundesstaat Deutschland zu entwickeln ist. § 5, als Grundsatzbestimmung zu den § 1 und § 2 dieses Dekretes wird bestimmt, dass die Anordnungen und Erlasse, Dekrete und Gesetze der Verfassung eben den Versammlung für den föderalen Bundesstaat Deutschland, allein die verbleibenden Gesetze sind, welche Rechtsgültigkeit und Wirksamkeit besitzen. Somit nimmt die vorgenannte Versammlung, in ihrer Rechtsstellung als völkerrechtliches Rechtssubjekt, als Träger der hoheitlichen Rechte, im Auftrage der Träger der natürlichen Rechtspersonen, welche ohne Einschränkung den Staatsbürgern des föderalen Bundesstaats Deutschland zugehörig sind. Puf oder Konstituent, die verfassungebende Gewalt des Volkes war. Mit diesem Dekret Nummer 24 wird heute am 15. Januar 2018, 17 Uhr Metz, das Gesetz NR.20 durch den Gesamtrat der Verfassung eben den Versammlung vom 1. November 2014, für den föderalen Bundesstaat Deutschland, mit der Rechtswirksamstellung vom 11. Oktober 2015, sowie mit und durch ihren Rechtsstand des Reichsverwesers mit der Rechtsstellung vom 28. Oktober 1918, wie ebenso mit der Rechtswirksamstellung des Staatswesens, wie der Kernverfassung vom 4. April 2016, rechtswirksam erlassen. Alle Rechte an dieser juristischen Person, sind somit den Rechteinhabern-Rechteträgern zugeschrieben worden. Aber kommen wir nun zu der Kernverfassung, die bis dato von den Rechteträgern der deutschen Gebiete, rechtsgültig und auch rechtskräftig gestellt wurde, hier ein Auszug daraus, Zitat. Die Staatsgründung und die Verfassung von Deutschland, 4. April 2016 Artikel 1, die Staatsgründung, § 1, die völkerrechtliche Verfassung eben der Versammlung der Rechte Träger aus den souveränen, deutschen Bundesstaaten, ausgerufen am 1. November 2014 und am 11. Oktober 2015 in den rechtswirksamen Stand gesetzt, verkündet hiermit die Gründung des Staatswesens und Völkerrechtssubjekts mit der Bezeichnung Deutschland im Rechterstand eines originären Völkerrechtssubjekts, in der Rechtsform des föderalen Bundesstaates, für alle Gebiete und Landflächen der deutschen Volksstimme und setzt es als gemeinsames Staatswesen der freien und souveränen Rechteträger, den deutschstimmigen Männern und Frauen im gesamten deutschen Sprachraum, mit allen aus ihnen selbst hervorgehenden, jedem juristischen Staats- und Völkerrecht übergeordneten Recht mit höherem Rang, wie ebenso aufgrund ihrer unveräußerlichen und unauslöschlichen juristischen Rechte und durch diese juristischen Rechte aus ihren jeweiligen souveränen Bundesstaaten und somit an der natürlichen Person dieser Völkerrechtssubjekte, welche sie besitzen und deren alleinige Inhaber und Eigentümer sie sind und weiterhin bleiben, heute, am vierten Tage des Monates April, im Jahre 2016, de facto in den rechtswirksamen Stand. Artikel 2 Die Verfassung § 1 Die geistigen, beseelten, lebenden, nicht verstorbenen oder verschollenen Wesen, ausgestattet mit allen Rechten der Schöpfung seit ihrer Einstehung im Mutterleibe, die sich selbst als Menschen bezeichnen, sind die juristischen Rechteträger, wie darüber die Rechteträger der natürlichen Evolution der Schöpfung an allen Gebieten der deutschen Völker, die seit über 1300 Jahren diese Landflächen besiedeln und bewohnen. Minus vereint im Bundesstaat Deutschland, welche als alleinige Rechteträger dieser deutschen Völker, selbst die nun mehr gültige Verfassung und die Bezeichnung für ihre Gebiete und Landflächen festgelegt haben. Minus in ihrem Bestreben der Wahrnehmung eigener Verantwortung, die Freiheit, die Menschlichkeit, die Unabhängigkeit und den Frieden offen gegenüber und gemeinsam mit allen Menschen dieser Erde zu stärken. Minus im Willen gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung, ihre Vielfalt zu lebendem Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verpflichtung gegenüber den vergangenen und aller künftigen Generationen. Minus mit dem Wissen, dass nur frei ist, wer seine Freiheit bewahrt und die Stärke des Volkes, wie aller Menschen dieser Erde, sich immer am Wohle jedes Einzelnen misst, welche Zufriedenheit und Liebe jeder erleben und finden wird. Minus mit der Erfahrung von Generationen, dass niemals ein juristisches Recht über den geborenen Wesen stehen kann, sie nicht unterwerfen, nicht einschränken in ihrem Handeln und Denken beeinflussen darf. Minus beauftragt mit dem Erhalt der Schöpfung gegen jede andere Art der Religion und des Fanatismus, gleichwohl im Wissen um die Bedeutung einer Sinnhaftigkeit für das Zusammenleben denkender und fühlender Wesen. Minus in tiefem Bestreben für den Schutz und den Erhalt ihres Lebensraumes, der gesamten Erde zu wirken, deren Recht auf den eigenen Bestand und Leben in jeder Weise und für alle Lebewesen die sie hervorbringt. Haben diese Grundsatzverfassung als ihre gemeinsame Vereinbarung unter und zwischen ihnen selbst wirkend, durch ihren höchsten, menschlichen Eid gegeben, verkündet und in den verbindlichen und über allen anderen Rechten sowie Rechtssystemen stehenden, wirksamen Stand versetzt. § 2 Weitere Bestandteile zu Artikel 1, § 1. und Artikel 2, § 1. regelt ein nachfolgend und ergänzend zu erstellendes Gesetzeswerk, welches auf der Grundlage der Inhalte von Artikel 2, § 3., sowie entsprechend Artikel 3, § 1., § 2., § 3., § 4., § 5, zu erschaffen ist und durch die Verfassung ebene Versammlung, oder von den, durch ein noch zu bestimmendes Wahlgesetz gewählten Volksvertretern, dem Volke zur Abstimmung vorgetragen und dann mit Gesetz zu erlassen sein wird, jeder andere Verfahrensweise ist unzulässig, § 3., kein neues Gesetz, keine Regel, keine Verordnung, oder ihr gleichzusetzende und gleichbedeutsame, nachfolgende Niederschrift, welche erdacht und erlassen wird, darf dem Grundsätzen des Artikel 2, § 1. widersprechen, Teile davon aufheben, verändern, oder in seinem Sinn, seiner Wirkung oder Bedeutung antasten sowie ebenfalls nicht gegen den Willen und die ausdrückliche Zustimmung der ewigen Rechteträger verfasst oder erlassen werden. Artikel 3, Aufhebungen alter Gesetze sowie Neinsetzungen und Änderungsgesetzgebungen, § 1., sämtliche Gesetzesaufhebungen oder Änderungsgesetzgebungen bezüglich der vorherigen Gesetze, Regeln, Verordnungen, oder ihr gleichzusetzenden und gleichbedeutsamen, nachfolgenden Niederschriften, sind im Rahmen eines zu erlassenden Gesetzes festzuhalten und im rechtlichen Bezug auf diesen Verfassungsbestandteil zu bestimmen, die in dieser rechtlichen Wirkung erlassenen Gesetze, bezüglich Aufhebungen alter Gesetze, Artikel und Paragraphen, werden Bestandteil der Verfassungsschrift. § 2, sämtliche, bis zur Erfüllung des Artikel 3, § 1. vorhandenen Verfassungsschriften, Gesetze, Regeln, Verordnungen, oder ihr gleichzusetzenden und gleichbedeutsamen, nachfolgenden Niederschriften, welche einen Gebiet steilen, die in Artikel 4, § 1. und Artikel 5, § 1. aufgeführt sind, erlangen unmittelbar mit der Einsetzung dieser Verfassungsschrift die Rechtsunwirksamkeit und sind für nichtig erklärt, sofern diese Niederschriften nicht bereits von der verfassungsgebenden Versammlung für rechtsunwirksam und nichtig erklärt wurden, somit gelten alle, von der verfassungsgebenden Versammlung bis dahin erlassenen Dekrete und Gesetze fort, eine mehrfache Aufhebung, hat in diesem Fall nicht die automatische Wiedereinsetzung zur Folge, § 3, die Einsetzung von neuen Gesetzen, Regeln und Verordnungen, oder ihr gleichzusetzenden und gleichbedeutsamen, nachfolgenden Niederschriften, sind im Rahmen eines zu erlassenden Gesetzes festzuhalten und im rechtlichen Bezug auf diesen Verfassungsbestandteil zu bestimmen, die in dieser rechtlichen Wirkung erlassenen Gesetze, werden Bestandteil der Verfassungsschrift und dürfen ihr entsprechend Artikel 2, § 2., § 3., nicht widersprechen. § 4, bis zur Erfüllung des Artikel 3, § 1., gelten die eingesetzten Gesetze, Regeln und Verordnungen, oder ihr gleichzusetzenden, nachfolgenden Niederschriften, welche die Verfassung nebene Versammlung bereits über ein Dekret und ein Gesetz erlassen hat. § 5, alle, dieser Verfassungsschrift fehlenden, oder durch den Entscheid der Rechteträger, den Männern und Frauen der deutschen Völker, noch näher zu bestimmenden Gesetze, Regeln und Verordnungen, oder diesen gleichzusetzenden, gleichbedeutsamen Niederschriften, sind im Rahmen eines ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens festzustellen und im Bezug auf den jeweiligen Verfassungsbestandteil zu erlassen. Das Zitiergebot ist somit unabänderlich die Gesetzesgrundlage für sämtliche, nachfolgende Niederschriften. Alle anderen Absprachen oder Vereinbarungen im Innen- wie im Außenverhältnis des Geltungsbereiches, sind recht zu unwirksam. Artikel 4, Geltungsbereich der Verfassung, § 1, der Bundesstaat Deutschland besteht aus den Gebieten und Landflächen der 26 Bundesstaaten mit dem Gebietsstand vom 31. Juli 1914. Diese sind im Einzelnen, Reichsland Elsass-Lothringen, Königreich Bayern, Königreich Preußen, Großherzogtum Baden, Großherzogtum Hessen, Großherzogtum Mecklenburg-Schwen, Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum Oldenburg, Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogtum Anhalt, Herzogtum Braunschweig, Herzogtum Sachsen-Altenburg, Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha, Herzogtum Sachsen-Meiningen, Fürstentum Lippe, Fürstentum Reus-Ältere-Linie, Fürstentum Reus-Jüngere-Linie, Fürstentum Schaumburg-Lippe, Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen, Fürstentum Waldeck, Freie Stadt Bremen, Freie Stadt Hamburg, Freie Stadt Lübeck, Königreich Württemberg, Königreich Sachsen. Hier wurde von der Verfassung ebenden Versammlung auch der Begriff natürliche Rechtsperson bereits abgeändert und der Begriff Rechteinhaber oder Rechte Träger benutzt, denn was sagt denn der Begriff Person oder Persona wirklich aus, schauen wir mal nach, was man dazu findet, Als Persona wird in der Psychologie die nach außen hin gezeigte Einstellung eines Menschen bezeichnet, die seiner sozialen Anpassung dient und manchmal auch mit seinem Selbstbild identisch ist. 1. Der Begriff entspricht dem griechischen Schrägstrich Prosopon Gleichgesicht, der sich wie auch das lateinische Persona bereits in der Antike auf die Bedeutungen Schauspielermaske wie im antiken Theater, Rolle im Schauspiel oder Leben, Amtsstellung und allgemein Apostroph Person Apostroph Schrägstrich Persönlichkeit aufficherte. 2. Das Wort Persona wurde auch als das Hindurchdönen Personare gleich hindurchdönen, klingen lassen, der Stimme des Schauspielers durch seine Maske, die seine Rolle typisierte, verstanden, minus in jüngster Zeit wird Persona auch für im Internet gezeigte Scheinidentitäten verwendet. 3. Wenn man nun den Begriff der juristischen Person damit vergleicht, dann sollte einem klar werden, dass dieser Begriff eine Maske ist, welche man unsichtbar, halt juristisch und rechtlich gesehen, über das Gesicht des Menschen, als sogenannte natürliche Person gestülpt hat, damit hat man ihm die Rechte entzogen, diese Maske bedeutet sozusagen den bereits beschriebenen bürgerlichen Tod, es ist die Maske in dem Spiel was man uns vorspielt, dem Spiel sich angeblich als Mensch mit Rechten versehen, in einem Staat namens BRD zu bewegen, dem ist aber nicht so, denn man spielt es uns lediglich vor und nimmt uns nur nach und nach alle uns bislang stillschweigend, zugebilligten Zugeständnisse, wir sind also auch dann keine Eigentümer unserer käuflich erworbenen Dinge in der BRD, wie zum Beispiel Eigentümer unserer Autos, sondern lediglich der Besitzer eines solchen und zwar solange wie es die BRD duldet. Das genau ist auch im Fahrzeugbrief im Punkt C4C des Fahrzeugbriefes, jetzt ja Zulassungsbescheinigung e, schriftlich festgehalten worden, man kann es selbst nachprüfen, aber wir müssen diese uns allen arglistig über gestülter und unsichtbaren Maske der juristischen Person nicht hinnehmen, denn wir besitzen schon bereits alle Rechte in uns selbst und zwar als Rechteträger der wir schon ab Geburt bereits durch die Erbfolge sind, von Geburt an besitzen wir diese Rechte, die wir alle gemeinsam nur wahrnehmen müssen, dafür müssen wir den Rechtskreis ändern und die juristische Person ablegen und die natürliche Person in der verfassgebenden Versammlung durch Anmeldung und Registrierung annehmen, das ist ein juristischer und rechtlicher Akt also Vorgang, der nur durch die nach dem Völkerrecht erwirkte und eingesetzte verfassgebende Versammlung möglich ist. Wir könnten, wenn wir alle es so wollten und die Mehrheit so zustimmt, als Rechteinhaber dieser deutschen Gebiete auch den von Rudolf Steiner angestribten Begriff des Individuums als juristische und rechtliche Bezeichnung des Menschen, einführen. Der Begriff Individuum steht in der abendländischen Philosophie bedeutungsmäßig in einem gewissen konträren Spannungsverhältnis zu dem eher christlich geprägten Begriff der Person. Mit Individuum wird das einzelne, auch vereinzelte, in sich selber stehende menschliche Wesen bezeichnet, dagegen bezeichnet der christlich geprägte Begriff Person wesentlich den auf seine Mitmenschen und sein Umfeld hinbezogenen Menschen, 1. Rudolf Steiner hatte zu seinen Lebenszeiten auch versucht die soziale Dreigliederung hierzulande einzuführen, wobei er aber an den damaligen Politikern scheiterte, was auch heute nachvollziehbar ist, wenn man die detierten Hintergründe der damaligen politischen Verhältnisse und deren Zielbestrebungen versteht und diese nun nachvollziehen kann, in einem System, also einem vereinigten Wirtschaftsgebiet namens BRD, welches den wo anstrebt, ist so etwas, also die reale Umsetzung dessen, gar nicht möglich, da den Bewohnern der BRD die Rechte dazu fehlen. Die Bewohner der BRD haben keinerlei Rechte an der BRD, welche von den Parteien der Geldeeliten verwaltet wird und sich Bund nennt, den Bund der Parteien, die auch allesamt im internationalen Firmenverzeichnis als Firma dort verzeichnet sind, die BRD-Bewohner als juristische Person haben aus diesem Rechtskreis gesehen, kein Recht an Grund und Boden, also dem Grund und Boden, auf dem die BRD eingeführt wurde. Die Deutschen hätten nur eine Chance, das mittels der bereits eingesetzten Verfassung ebenden Versammlung durchzusetzen, aber schauen wir doch mal was die Verfassung ebende Versammlung hier in dem zukünftigen föderalen Bundesstaat als staatliches System, also als Staatsstruktur einführen möchte. Hier findet man dazu diese Erläuterungen und Hinweise dazu, https www.verfassungebendeversammlung.com www.verfassungebendeversammlung-deutschland-index.html Schauen wir uns einen Auszug dazu, hier an, Zitat, Blatt 3, Grundlagene Klärung zu den Staatsstrukturen, zur Verfassung vom 4. April 2016, für den föderalen Bundesstaat Deutschland, entsprechend Artikel 2, § 2., § 3., sowie Artikel 3, § 1., § 2., § 5, vom 14. Juni 2016 sowie ferner zum Staatsangehörigkeitsgesetz des föderalen Bundesstaat Deutschland vom 14. April 2016, § 10., wie zum Verwaltungsgesetz zum Staatsangehörigkeitsgesetz des föderalen Bundesstaat Deutschland vom 2. Mai 2016, § 1., die Staatsstruktur des föderalen Bundesstaat Deutschland trägt die juristische Bezeichnung Anthropokratie und ist auch nur so zu bezeichnen, Erklärung, die Herrschaft der Menschen und hier in Form ihrer natürlichen Rechtsperson ist die Staatsform, welche im föderalen Bundesstaat Deutschland gültig ist, § 2., die Verfassung ebende Versammlung definiert die Staatsform, diese Staatsform besteht aus den unauslöslichen und unveräußerlichen Rechten seiner Schöpfer, welche aus den Völkerrechtssubjekten, den 26 Bundesstaaten im Rechts- und Gebietsstand vom 31. Juli 1913, wie weiteren Gebieten hervorgehen, die in der Verfassung des föderalen Bundesstaat Deutschland vom 4. April 2016, in Artikel 4 und Artikel 5 näher bezeichnet sind, es gilt der Grundsatz, dass jedes einzelne, geistige, sittliche, lebende und nicht verschollene Wesen, die als Männer und Weiber, Knaben und Mädchen bezeichnet werden, alle Rechte seit ihrem Entstehen im Mutterleib tragen, sowie an ihrer natürlichen Rechtsperson innerhalb eines juristischen Rechtes, welche den Staat im Innen- und Außenverhältnis organisiert, der Begriff Weiber ist im Nachfolgenden in Frauen geändert, der bürgerliche Tod findet nicht statt und bleibt für alle nachfolgenden Generationen ausgeschlossen, die Schöpfer des Rechtes, können nur durch sich selbst beschränkt werden, wie durch das Recht jedes anderen Wesens auf Leben, Gedeihen, Schutz und Unversehrtheit, dies manifestiert die Unmöglichkeit, dass die Schöpfer und sogleich Träger aller Rechte an diesem Staatswesen jemals wieder ihre Bürgerrechte verlieren können, die Aufgabe der Inhaber aller Rechte ist und bleibt der Erhalt des Lebens, wie für den Erhalt der gesamten Erde, ihrer natürlichen Regeln, der Tiere und aller sonstigen Bestandteile die sie hervorbringt, verantwortungsvoll zu sorgen und zu streben, somit ist die Erde als lebendes Wesen, durch die universelle Schöpfung ausgestattet mit den höchsten Rechten, wie eine eigenständige, natürliche Rechtsperson im juristischen Recht anzusehen. Die Erde gibt den Menschen die Möglichkeit der Ernährung, der Versorgung mit täglichen Gütern und Mitteln und die Nutzung ihrer Ressourcen, wobei jede unnötige und auf reinen Profit ausgerichtete Ausbeutung zu unterlassen ist, das durch die Schöpfung selbst erhaltene, höchste Recht jedes lebenden Wesens innerhalb der Naturgesetze, wie das höchste juristische Recht an seiner natürlichen Rechtsperson geht nicht verloren, wenn es aus seinen Reihen einzelne beauftragt, für alle Wesen gemeinsame Aufgaben zu übernehmen. Der Staatsaufbau hat die Festlegung dieser vorgenannten Rechtsfolge in einer Weise zu sichern, dass ein Missbrauch, eine Veränderung, oder gar die Umkehr in ein anderes System, welches geeignet ist einen Rechtsverlust der zuvor genannten Wesen auszulösen, kurz oder dauerhaft zu schaffen, für alle Zukunft ausschließt. § 3 Die Einschränkung von bürgerlichen Rechten und somit der natürlichen Rechtsperson ist ausschließlich nur dann möglich, wenn die entsprechende Rechtsperson in erheblicher Weise gegen die Interessen anderer Rechtspersonen handelt, oder solche Handlungen veranlasst. Der Volksrat kann in besonders wichtigen Fällen einem Entscheid der Gemeinschaft, der Gemeinde, der Stadt, dem Landkreis, eines Landes, oder innerhalb des gesamten Staatswesen, zum Schutze der Gemeinschaft mit einer geeigneten, sofortigen Anweisung vorgreifen. Dieser Entscheid ist in einem nachfolgend über ein Gesetz zu regelnden Zeitraum, mit der Zustimmung der entsprechenden Gemeinschaft zu bestätigen, zu verändern, oder aufzuheben. § 4 Näheres regelt ein Gesetz Nun schauen wir uns den Begriff Anthropokratie einmal genauer an, siehe auch hier § 4.3 Festlegung der Rechtsform Die Anthropokratie, auch Kooperation der Rechteinhaber genannt, ist eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen Trägern aller juristischen Rechte, wie sämtlicher universellen und über positiven Rechte, welche dem Rechteinhaber durch sein Entstehen im Mutterleib und somit durch die Schöpfung selbst gegeben sind. Die Rechteinhaber haben mit ihrem freien Willen vereinbart, sich innerhalb einer gemeinsam beschlossenen Ordnung, wie innerhalb eines festgelegten Gebietes und mit der Feststellung des Abstammungs- und Erbintergrundes zu vorherigen Generationen, wie zur Erlangung einer friedlichen Existenz zwischen ihnen, welche der Förderung der evolutionären Entwicklung aller Erdenbewohner dient. § 4.4 In der Anthropokratie und damit der Rechtsform der Kooperation der Rechteinhaber, findet die Person als juristischer Begriff nicht statt und ist in welcher Form auch immer verboten, die Teilnehmer dieser verfassgebenden Versammlung sind somit nicht mehr als Personen zu bezeichnen. Hieran kann man erkennen, dass die angestrebte soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner und das was die verfassgebende Versammlung mit der Anthropokratie anstrebt, gar nicht so weit auseinanderliegen. Nach meiner Auffassung, wäre auch sicherlich das umsetzbar, wenn es die Mehrheit der Rechteträger oder Rechteinhaber so umgesetzt sehen wollen, dass diese soziale Dreigliederung hierzulande real umgesetzt wird. Aber nun sollte jedem verständlich sein, dass man politische Veränderungen im Sinne des Volkes, nur selbst, also mit Eigenverantwortung durchsetzen kann. Eine politische Partei in dieser BRD wird das nie tun, egal von welcher Seite sie kommt. Der Vorgang dieser politischen Parteien des BRD-Bundes als Verwalter der BRD, ist immer der gleiche. Er zeigt die These, die Antithese und die Synthese des beabsichtigten Vorgangs genau auf. Gibt es bei den Bewohnern des Wirtschaftsgebietes ein Problem was sie nicht mehr hinnehmen möchten, erschafft man dazu eine Partei, welche den Bewohnern vorgaukelt doch das Problem der Bewohner lösen zu wollen. Da man hier aber wahrlich ein anderes Ziel anstrebt, muss man den Bewohnern nur suggerieren das Problem ändern oder beseitigen zu wollen. Der Glaube bei den Bewohnern, dass diese Partei es ändern würde, bewegt sie dazu, die eingesetzte Partei auch dann zu wählen und für ihr Handeln zu legitimieren. Man gibt mit so einer Wahl die wahren Rechte die man besitzt ab und zwar an diese Politiker und Parteien der BRD, das nennt man dann die These, bemerken nun im Laufe der Zeit die Bewohner, dass auch diese gewählte Partei nun doch nicht das macht, was man da während der Wahl versprochen und zugesichert hat, werden diese unzufrieden und könnten sich dann den gewählten Parteien abwenden, die ja gerne die Rechte der Bewohner über ihr Gebiet besitzen möchten. Nun kommt die Antithese ins Spiel, man gründet eine weitere Partei, die nun genau das wieder propagiert und die Problemlösung anbietet und die Lösung zusichert, was die zuvor gewählte Partei nicht durchgesetzt hat. Die meisten Bewohner haben hier dieses Spiel leider nicht erkannt, denn beide Parteien sind Teil des Spiels, denn sie verfolgen nur ein geheimes und gemeinsames Ziel, was den Bewohnern nicht bekannt ist. Dieses Ziel nennt sich dann die Synthese, welche die Parteien gemeinsam durch Täuschung der Parteienwähler zu ihrem angestrebten Ziel führen soll und diese Synthese heißt hier in wo, die neue Weltordnung, in der es nur noch rechtlose Bewohner in dieser Welt auf Erden geben soll und eine Elite denen man dann dienen muss. Das ist das wahre Ziel aller Parteien. Wer es nachvollziehen kann, der kann nun Schlüsse aus dem hier mitgeteilten ziehen. Alles fing bereits sehr früh an, schon in den Zeiten des Mittelalters in dem die römisch-katholische Kirche, die Völker unterdrückt haben, sie enteignet haben, Hexen verbrannt und Menschen gefoltert hat, die stetig Kriege über ihre Mittelmänner, Staaten und Monarchien die auch nur Kompanies waren, geführt haben, indem sie es geheim angeordnet und völkerrechtliche Staaten mit diesen Kriegen zerstört haben. Dieses Zeitalter wird nun von Rom aus massiv angestrebt, denn das römische Reich existiert unsichtbar immer noch, unsichtbar für viele Menschen, aber sichtbar für Menschen die bereits aufgewacht sind im Michael-Zeitalter und danach recherchiert und das alles nachgewiesen haben. Das gilt es aufzuhalten und das können nur die Völker, die Menschen mit einem Bewusstsein, das alles, also diese neue Weltordnung, nwo, nicht zu wollen und es durch das uns zur Verfügung gestellte Recht und dem dazugehörigen Rechtsmittel, wie auch mit dem Geist, mit dem Verstand und dem hohen Bewusstsein, dem Ganzen was da aufgezeigt wurde, jetzt aktiv Einhalt zu gebieten. Nur so kann man dann auch die von Rudolf Steiner damals gewünschte soziale Dreigliederung, wenn es die Mehrheit des deutschen Volkes so möchte, auch durchgesetzt werden. Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig das Völkerrecht und das Rechtsmittel dazu, auch wahrzunehmen, damit wieder ein Recht und Gerechtigkeit und vor allem die Wahrheit ans Licht kommt und die Lügen beseitigt werden und wir uns damit aus dem was man uns angedeihen lassen möchte, befreien können. Hier kann man sich anmelden, https-//www.verfassungebendeversammlung.com-verfassungebendeversammlung-Anmeldung- . .